Hallo meine Lieben, heute können wir euch endlich noch unser Kuschelwestchen präsentieren aus unserem schönen Merino Buclé, denn gestern ist die Nachlieferung angekommen. Viele kennen das Material ja schon hier von meiner Freundin Buddy. Viele haben sich diese schöne Jacke schon für den Herbst gestrickt und wir dachten uns jetzt, wir machen noch ein kleines Westchen dazu. Wir haben sie Allrounder genannt, das war so von Anfang an der Arbeitstitel, weil wir gesagt haben, die passt ja wirklich zu allem, das ist ja wirklich ein Allrounder, über Kleider mit Röcken, Blusen, Shirts, Sommer, Winter, die kann man sich also wirklich einfach so drüber werfen, ist super angenehm zu tragen. Die, die sich die Jacke schon gestrickt haben, kennen ja unser schönes Material. Es ist 87% Merino, 7% Seide und 6% Mohair, super weich, lässt sich toll verstricken, weil dieses Buclé, also nicht diese langen Schlaufen hat, sondern einfach diese schöne Welle, also lässt sich einmal frei verstricken. Aber jetzt erstmal zu unserem Allrounder, wir haben also ein kleines Westchen mit zwei Wege Reißverschluss gemacht. Ihr könnt sie geschlossen tragen, da sage ich jetzt erstmal nichts mehr, weil mein Mikrofon in ist. Man kann sie also auch so tragen, aber hört man mich wieder, ja ich hoffe, aber natürlich auch dann einfach so ein bisschen offen oder ja nur so geschlossen, schwupp schwupp, wie ihr wollt. Man kann sie natürlich auch ganz ohne Reißverschluss tragen, aber zu dem Reißverschluss sage ich zum Schluss was. Die Gudrun hat sie natürlich für euch designt, von Größe XS bis 3XL. Aber ich sage erstmal ein bisschen was zu den Kragen, ein sehr schöner Stehkragen, sie ist wie immer top down gemacht, paar verkürzte Reingutungen, dass der Rücken gut sitzt, die Länge passt, aber das könnt ihr ja sowieso anpassen. Hier gleich die schönen Rändchen so mitgestrickt, also alles gleich in einem Stück. Doppelter Kragen, alle technischen Daten soweit gesagt. Heute steht nämlich der Designer hinter der Kamera, ihr seht schon, der Fokus ist heute ein anderer. Pass gut auf. Ja, passt gut auf. Okay, ich zeige euch einfach mal die ganzen Farben, viele Buddy Fans werden sich freuen, denn wir haben zwei Farben am Anfang gleich ausverkauft gehabt und die sind auch wieder mitgekommen. Darum zeige ich euch jetzt einfach mal die ganzen schönen Farben. Also wir haben uns hier für das Ecru entschieden, könnte ich mir aber auch gut in Grey, Anthrazit oder Black vorstellen, wären so Klassiker. Dann möchte ich euch aber natürlich zu Farben animieren, denn so ein kleines Westel ist natürlich auch ein schöner Hingucker. Könnte man machen in dem zarten Mauve, in Pink oder in Hot Pink, dann haben wir wiederbekommen, die war nämlich gleich am Anfang ausverkauft, natürlich einmal die Denim, das ist die Hauptfarbe von unserer Buddy und das Arktik war gleich weg. Da werden sich jetzt einige freuen, die sich die Jacke noch machen wollten und Petrol ist auch wieder da. Also das wären die drei Blautöne, wäre natürlich auch schön für so ein Westel und dann haben wir, witzigerweise war Orange die erste Farbe, die gleich mal weg war und da waren viele ganz traurig. Wir haben es also nochmal nachbestellt, Orange und Rosemary. Auch super schön für so eine kleine Boucle-Weste. Dann zur Menge, also sie heißt Allrounder, die Gudrun hat sie für euch, Design von Größe XS bis 3XL, ich trage die Größe S. Meine hat jetzt also einen Umfang von 110, mache ich alles richtig Gudrun. Die Doppelgröße, ich komme gleich drauf. Die Doppelgröße, also XS steht für sich, dann haben wir gemacht SM, LXL, 2XL, 3XL. Ja gut, Gudrun nicht zustimmend. Meine hat also einen Umfang von 110, es fängt an bei 100 und geht hoch bis 130 und die unterscheiden sich dann auch so ein bisschen von der Länge. Und wir haben eben diesmal einen Reißverschluss reingemacht, aber erstmal noch die Garnmengen. Ihr braucht in Größe XS 5, in Größe SM 6, in Größe LXL 7 und in 2XL, 3XL braucht ihr 8. Bei Größe S und L ist es so, es war wahnsinnig knapp. Also wir hatten 510 Gramm, glaube ich, ohne Maschenprobe allerdings, für die Weste in der Länge. Wenn ihr jetzt sagt, boah, dann mache ich sie lieber noch 2 cm kürzer und das gleiche auch in L, dann könntet ihr jeweils einen Strang weniger nehmen. Also dann können die S-Leute 5 von XS nehmen und die L können dann noch 6 nehmen von der Größe M. Aber ansonsten wären es also 5, 6, 7, 8. Gestrickt ist das Ganze mit 7, die Bündchen mit 6. Du wolltest noch was sagen? Ja, genau, das lese ich noch vor. Die Doppelgrößen, da wollte ich mit dem Reißverschluss dann drauf kommen. Also die Doppelgrößen unterscheiden sich von der Länge. Okay, die S hat bei mir jetzt 51, in M haben wir 53 gemacht, die L hat 56, die XL 58 und 2XL 3XL 61. Und da bin ich jetzt also schon beim Reißverschlussthema. Ich hatte nämlich das Problem, ich wollte dann einen schönen Reißverschluss für unsere Weste bestellen. Ich glaube, ich habe zwei Stunden im Internet verbracht und ich habe keinen schönen Reißverschluss gefunden. Da habe ich mich dann entschlossen, wir lassen Reißverschlüsse machen. Ich habe die also in einer alteingesessenen deutschen Reißverschlussfabrik machen lassen. Wir haben uns ein schönes Material rausgesucht. Wir haben uns für Messing Antik entschieden. Auch mit einem sehr schönen Zipper, wie ich finde, hier an beiden Seiten. Einfach ein schöner Reißverschluss. War echt schwierig. Also, gibt es jetzt in der Mercerie. Wir haben jetzt drei Farben gemacht. Drei Farben und drei Längen. Also hier ist natürlich der Ecrufarbene drin. Wir haben Blau gemacht. Ich glaube, Blö heißt er im Webshop. Und Gray. Weil wir uns gedacht haben, dass sich die drei Farben eigentlich ganz gut anpassen. Also die Grautöne würden natürlich hier zu den ganzen Graus passen. Zum Orange wäre das Wollweiß noch ganz schön. Dann hier die ganzen Blaus dazu. Und das Grau passt sich auch ganz gut hier bei dem Grün an. Und auch bei diesen Rosé-Tönen. Weil das Schöne ist ja im Grunde dieser Messingreißverschluss, der sowieso immer so ein bisschen die Farbe mit aufnimmt. Wir haben ihn gemacht. Also diese drei Farben in drei Größen. 50, 55 und 60 Zentimeter. Es ist so. Also die Jacke hat ja, die Weste hat ja jetzt eine Länge von 51. Wir haben den Reißverschluss sowieso nicht bis ganz unten. Und auch nicht bis ganz oben genäht. Das heißt, es gibt euch so ein bisschen Flexibilität von der Reißverschlusslänge her. Ihr könnt also die Weste gut zwei, drei Zentimeter länger stricken und den Reißverschluss dann so anpassen. Designer nickt. Dürft ihr also machen. Wer sich so ganz unsicher ist, der kann den Reißverschluss natürlich nachher bestellen. Aber wer so ungefähr weiß, wie lange er das machen möchte, der kann sich gleich mitbestellen. Weil man ist eben schon ein bisschen flexibel beim Einnähen. Und ich kann euch also wirklich die Angst vorm Einnähen nehmen. Ich habe in ein Strickstück, muss ich gestehen, auch noch nie einen Reißverschluss eingenäht. Die Gudrun hat gesagt, mach Fotos. Ich habe gesagt, ich konnte gar keine Fotos machen, weil man sieht eigentlich gar nichts. Man macht sich drei Stecknadeln hin und näht das Ding einfach ein. Man sieht außen nichts. Innen sieht man nur so die kleinen Pünktchen vom Einnähen. Also es ist so einfach, diesen Reißverschluss einzunähen. Also falls das auch euer erster eingenähter Reißverschluss in ein Strickstück ist, ist ein gutes Übungsexemplar. Traut euch. Man sieht nichts und plötzlich ist er drin. Also Reißverschlüsse jetzt auch noch in der Mercerie. Aber wir heißen ja Mercerie, Handarbeitszubehör. Und dann strickt euch mal einen schönen Allrounder. Oder unsere Freundin Buddy aus einer der schönen Farben. Also viel Spaß beim Aussuchen. Tschüss.